Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Let's Play und ja, diese Folge fängt genauso an wie die letzte, also die davor, nämlich mit einem Zombie, der uns angreift. Nur ist er etwas spektakulärer gestorben. Ja, wir befinden uns auf einem neuen Abschnitt. Wir waren ein ganz gutes Stück unterwegs und befinden uns auf einem neuen Abschnitt, einer neuen Inselkette würde ich das mal sagen. Also, auf jeden Fall da wo das Schnee ist, das ist unsere eigentliche Hütte, also in der Richtung wo ich gerade hingucke, befindet sich unsere Hütte, unsere Festung und wir sind einfach mal hier quer rüber geschwommen, um Futter zu suchen, was wir auch erfolgreich soweit getan haben. Ja, 64, 27, 2, 62, 17 und ich dachte hinter mir wäre was. Und ich war am überlegen, ob wir eventuell hier was aufbauen. Eine kleine provisorische Hütte, um immer hier einen Punkt zu haben. Das werde ich mir noch überlegen. Wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal noch weiter gehen, erkunden noch ein bisschen weiter die Insel hier. Vielleicht finden wir sogar noch ein Dungeon oder ein Dorf oder ein Dorf im Dungeon oder ein Dungeon im Dorf. Auf jeden Fall hatte ich schon mal ein Dorf über einem Dungeon. Das war ja so klar. Wir wurden erwischt. Also futtermäßig. Im Grunde bräuchte ich jetzt gar kein Futter mehr sammeln, wir haben genug davon. Und eventuell sollte ich wirklich eine kleine sichere Behausung bauen. Mann, warum muss es immer so... Hey, das sieht doch cool aus hier. Und das ist... Wo sind wir? Wir sind hier. Wir bauen unsere kleine Behausung hier hin. Das ist es. Habe ich jetzt kurz und entschieden und so wird es auch gemacht. Ja, okay. Dann die Craftingbox. Die packe ich jetzt mal... Fett hier in die Ecke. So, da wir auch ein bisschen was zum Braten brauchen, baue ich noch ein bisschen Steine ab, damit wir auch dementsprechend auch kochen können und so. Äh, hallo? Ach, blödes Diorit. Ach, das war Diorit? Nee. Dieses blöde Texture Pack da. Ja, ich habe es gerade blödes Texture Pack genannt. Erkenne ich nicht mehr wirklich, was Diorit, Granit... Okay, Granit erkennt man. Das sind diese komischen roten Dinger da. Ne, wir brauchen 8, also noch 2. Gerade schon labere ich 2. Ja, 8 plus 8 sind, äh... 14. Ist klar. Rechnen ist auch nicht mehr unbedingt meine Stärke. So, wir brauchen jetzt 2 Öfen. Ich packe mal da hin. So. Hallo? Okay. Ja, jetzt haben wir das Problem. Wir haben keine Kohle. Verdammt nochmal. Das ist doch jetzt nicht wahr. Egal, packe ich das nur da rein. Und da rein. Nehmen wir mit. So, dann gehe ich jetzt mal ein bisschen auf Kohle schürfen. Haben wir keine andere Möglichkeit. Weil das Holz... Haben wir weggeschmissen. Und die 2 würden uns auch nicht groß helfen. Ein Rackenspinne. Egal. Wenn es eine Spinne ist, dann ist es eine Spinne. Ja, wir bauen uns jetzt unsere kleine Basis hier hin. Hier sind wir auch relativ geschützt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns... Äh... Dass wir das hier nicht mehr wiederfinden, ist sehr hoch. Also passt es ja. Okay, hier muss auf jeden Fall irgendwas sein. Also... Sieht man überhaupt noch was? Ich drücke mal auf die 9. Mach da eine Fackel hin. Drücke auf die 2. Und dann geht es weiter. Tralali, tralalu, tralala. Toll, das Granit. Mal so. Toll Erde. Also wir haben auf jeden Fall was richtig Geiles gefunden. Und... Ich bin froh, dass wir jetzt diese... Reise gemacht haben. Somit wissen wir, dass wir gar nicht mal so weit entfernt von anderen weiteren... Inseln sind. Und wie ist es zum Teufel? Ist hier keine Kohle? Verdammt. Äh? Normalerweise haben wir immer Glück, was Kohle angeht. Dass sie hier irgendwo der Nähe ist. Aber anscheinend ja dann doch nicht. Okay. Dann machen wir es eben anders. Ich gehe jetzt jetzt mal Holz holen. Ja, ich bin intelligent. Ich habe ein bisschen Baum ab. Verälle jetzt dem... Ich weiß, ich kann natürlich nichts mitnehmen. Antisit brauchen wir gerade eh nicht. Müssen wir später eh sammeln. Wieso baue ich jetzt hier die Bäume hier ab, die uns eigentlich schützen sollen. Ah, hier ist eine Hürde. Moment, die... Hier. So. Vielleicht finden wir hier Kohle. Und machen wir uns die Bäume auf. Und... Also ein Zombie sehen wir auf jeden Fall schon mal. So, dann packe ich mal da hin. So, tralala, tralala, tralala. Ach, Schnauze. Was nichts kann mehr hin, ist jetzt meine Hütte. Ist meine Bude, Mann. Okay, wir werden jetzt auf jeden Fall Eisen. Was ist hier? Oh, ein Zombie. War ja klar. So, mit der Fackel eins überbraten. So, zack. Ja, ein Skelett. Noch jemand. Ah, da ist Kohle. Kann mir echt mal einer sagen, was für... Was für ein Glück wir haben, was die Karten angeht. Also, was die Karte hier angeht. Oh, zwei Kohle. Ist das gar keine, würde ich mal sagen. Und ich bin schon wieder voll. Okay, die Weizen brauchen wir eh nicht. Quatsch, Weizen. Ach, du. Ja, leck mich doch in de Tesch. Ist das hammergeil. So. Das ist doch echt nicht wahr. Das krieg ich... Krieg ich ein Föhn? Hallo? Kann ich da? Ja, kann ich. So, ganz vorsichtig hier runter. Ne, 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 ne. Also, ich gehe jetzt gleich runter, aber ich mache das anders. Und zwar, ich gehe jetzt mal wieder zurück zu unserer, äh, kleinen provisorischen Basis. Baue da Träume aus dem Holz, was wir gerade gesammelt haben. Achso. Hier lang. Und, äh, pack dann alles da rein. Dann gehen wir da in das, äh... in den Riss rein. Dann holen wir noch mehr Kohle raus. Muss ich aber erst mal wieder zurückfinden. Verdammt. Ah, ha. Houston. Ich glaube, wir haben ein Problem. Ne, müssen da lang. Ähm, Schwein. Wah! Ah. Ah. Boah, alter, das war jetzt echt heavy. Alter Schwede. Boah. Ist doch nicht wahr. Boah. Da ist mir gerade das Herz in die Hose gerutscht. Wie viel Schweine. Ich habe gerade das Gefühl, wir finden unsere dämliche Hütte, äh, Basis nicht mehr wieder. Verdammt. Was ist sie das? Ist sie das? Scheiben, kleister. Na, jetzt heißt es erst mal wieder unsere Basis suchen. Leih, von hier... Hier sind wir gerade rein. Von wo sind wir gekommen? Von da oder von da? Warte mal. Kann ich auf der Karte vielleicht besser sehen? Unsere Hütte ist ungefähr da irgendwo, glaube ich. Dreck gegenüber. Vollpfosten, ey. Gut, packe ich da jetzt mal rein. So. Von wo, von wo, von wo? Da unten? Ich sollte mal hier ausleuchten, ne? Da hin. Ah, gut. Wir sind direkt neben einer riesigen Höhle, würde ich mal behaupten. Also, wundert es mich nicht, dass da Zombies sind. Hallo? Das ist richtig geplant. Zwei. Okay, so. Äh, ja, das ist jetzt... Ja, packe ich da hin. Zack, 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 zack. Und zack. So. Alles klar, so, das nehme ich mit. Ach, das war jetzt echt wieder ne Aktion. Schwein gehabt, dass ich da nicht runtergefallen bin eben. Das hätte richtig tödlich enden können. Und, äh, was diese... Nrista angeht. Der ist ja direkt hier. Oder, war das... Weiß das hier? Ja, da. Also, was die Höhle da angeht, würde ich mir sagen. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die jetzt nur noch in diese dämlichen Risse und Höhlen reingehen. Wir haben gar keine Möglichkeit, irgendwie groß was zu bauen. Also, wenn ich mir mal so die Folgen angucke, dann ist das dann doch schon alles ein bisschen eindeutig. Äh, das Diorit nehme ich mit, das brauchen wir eh nicht. Äh, ich mache mir noch... ein paar, ein paar Steinschwerter. So, Sticks. Quatsch. Eins, zwei. Ja, ja, ja. Und noch ne Spitzhacke aus Stein. Man weiß denn nie. So. Äh, die Sticks nehme ich mit. So, wir haben jetzt 16. Äh, 17. Ob das reicht? Ich weiß es nicht. Moment, so Fackeln können wir auf jeden Fall gut was machen. Ne, ich gehe noch ein bisschen Holz um, während das noch brennt. Ich nehme natürlich nicht alles Fleisch mit. Aber wir brauchen definitiv noch mehr Sticks. Damit wir uns noch, äh, ein paar Fackeln mehr machen können. Waffen und sowas hatten wir immer genug dabei. Ist ja auch gut ausgerüstet. Holz braucht man sowieso nicht. Und, äh, Spitzhacken sind immer das Hauptproblem. Und davon haben wir eigentlich in der Regel immer mehr als genug dabei. Das reicht auch. Allerdings gehen uns ja dann immer die Sticks aus für Fackeln. Deswegen nehme ich lieber ein 64er mit oder so. Oder ein paar, ein, ein, oder zwei 64er. Quatsch, das mache ich. Ich würde so aufs Dicks machen. Zack. Zack, so. Also wenn wir jetzt, äh, zu wenig Fackeln machen können, dann weiß ich es auch nicht. Wobei, ach Quatsch, ein 64er reicht locker. Äh, zwei 64er. Ach, Schnauze da draußen. So, Steine lassen wir hier. So, das geht gleich. So. Okay, das dürfte reichen, 24 zu futtern. Mehr können wir gerade eh nicht machen. Also würde ich sagen, gehen wir mal in diese Höhle hier rein. Äh. Ja. Ach hier. Das ist total dämlich. Äh. damit wir es auch sofort wiederfinden zack zack und zack so das war natürlich jetzt voll falsch in die falsche Richtung ach ist egal das kann man so lassen und gehe jetzt einfach mal so hier rein unsere Hütte ist auch ungefähr da hinten oder so ist auch egal wo die im Endeffekt ist wir gehen jetzt hier rein das Eisen nämlich mit wenn wir uns eh hier eine zweite Basis aufbauen dann ne wisst ihr was das heißt dann werden wir bestimmt eine Weile hier hängen bleiben und dann brauchen wir auch Eisen denn das was das ganze Material was wir zu Hause haben das bleibt auch da ich habe nämlich keine Lust das hin und her zu schleppen vor allem weil wir es da auch noch ei ach toll ich bringe dem natürlich voll in die Explosion so die Schätze eventuell ein bisschen besser nein oh du bist doch so eine Sau das arme Eisen hat überlebt cool da 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 ja ich bin dem natürlich super intelligent in die Explosion reingesprungen aber als Stuntman muss man sowas einfach aushalten und dieser Zombie geht mir auf den Nerv komm her Zombie komm her aber ich glaube wir sind jetzt woanders in der Höhle oder ja stimmt wir sind ja eigentlich eben nach oben gegangen jetzt gehen wir gerade nach unten jetzt ist eben halt die Frage soll ich nach oben gehen oder nach unten ja ich glaube das hat eben unsere Frage beantwortet hier geht es hoch zu hier geht es zu so einem Riss hoch das ist hundertprozentig sicher von meiner Seite aus das ist noch mehr Eisen ist das Erde oder ist das ein Spawner das ist Moment Moment das muss ich jetzt kontrollieren gehen äh hier ach so ist Erde ich habe schon gedacht hier wäre wieder ein Spawner weil wir haben ja irgendwie in jeder fast in jeder Höhle wo wir waren einen Spawner gefunden das wäre also nicht so verwunderlich gewesen wenn das auch noch einer gewesen wäre ähm ich gehe jetzt erstmal hier vorne weiter und gucke da weil wir brauchen noch die Kohle und sowas erst mal grob hier die Kohle durchgucken die Fäder muss erstmal töten weil die mich tierisch erschreckt hat ach die hätte gar nichts aus ähm und dann würde ich sagen oh Creeper komm mach bumm mach bumm he he das überlebt der Sau der Sau vor allem ich habe heute nicht wieder ein super Deutsch drauf aber das ist natürlich zu verzeihen ich quatsche ja auch schon wieder eine ganze Weile äh okay also was mit den Erfahrungen also mit den ähm Dings da mit den ähm Erfahrungen wie heißen die Dinger nochmal verdammt ich habe das jetzt voll vergessen ach diese Anzeige oben rechts dass ich Monsterjäger äh erreicht hätte wir haben definitiv mega Schwein mega Schwein okay da brauche ich das nicht weiter ab also die Kohle lasse ich jetzt erstmal hier äh mach dann hier mal was weiter lieber also was was diese was diese Karte alles so preisgibt ist ist die Eisen höre hier gerade in der Durchsage an der Bahn hattestelle hier gegenüber keine Ahnung ich verstehe nie was die sagen aber ich höre die Durchsage ja ist doch nicht die ist doch nicht wahr hier ist ein Zombie ich traue mich nicht wenn ein Monster in der Nähe ist und dann irgendwie zu nahen einen Rand dran zu gehen ich habe das Eisen mit gesehen ja das nehme ich auch gleich noch mit aber erstmal wollte ich mich von der Lava hier täglich erschrecken lassen so das Eisen ah ist auch noch Kohle das ist sehr gut also von den Rohstoffen her geht das uns wirklich gut also Eisen Kohle Gold sogar Essen haben wir richtig viel gefunden das ist wirklich unglaublich also wenn ich jetzt wirklich so für mich alleine spiele habe ich nicht so viel Glück Tralali Tralalu Tralala ja wie es aussieht geht diese Folge auch wieder ein paar Minütchen oder Sekündchen in Überlänge so für dieses Texte-Pack zumindest aber das ist jetzt erstmal vollkommen egal ich will es abbauen aber hier jetzt abzubrechen zu pausieren ist ein bisschen doof das geht jetzt unendlich so weiter aber wirklich hier kommt es dieses übliche bekannte Lied Kohle 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 und nein ich habe es immer noch nicht geklaut ich habe es schon mal gesagt ich bin so der Typ Copy and Paste Typ so hier die Kohle so langsam hasse ich das Wort so aber ich kann nicht aufhören das zu sagen es ist genauso wie manche Leute dieses Wort Ergo nicht leiden können Ergo direkt ihre Versicherung war doch eine Versicherung oder? ich meine es war eine Versicherung hallo? achso da so ich habe es wieder gesagt das ist noch mehr Kohle kann ich auch Pause jetzt machen? ja jetzt kann ich Pause machen ok super ich kann jetzt ein Päusel machen ich sage dann weiterhin vielen Dank fürs Zuschauen ich hoffe ihr schaut auch weiterhin zu und wir werden jetzt in der nächsten Folge auf jeden Fall diesen kleinen Riss erkunden wir schmeißen unsere kleine To-Do Liste weg und ja dann sage ich mal bis zur nächsten Folge also ciao 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 Vielen Dank.